Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Wild Arms 1 mit Mimit Puck und wir sind in der Bärenhöhle. Bärenhöhle, der erste Dungeon mit dem blauhaarigen Jungen hier oben. Und wir haben eben schon mehr oder weniger geheime Schatzkisten gefunden. Hier sowas sieht man auch mit der Zeit, da hat glaube ich jeder RPGler ein Auge für, dass die Perspektive da halt auch hinführt. Aber ich merke gerade, selbst wenn man hier Bomben hochgehen lässt, kommen keine von den Fledermäusen. Ich sollte mich wahrscheinlich nicht beschweren, sondern freuen. Wenn dem so ist, dann kann ich da oben auch die Kisten schnell noch aufmachen. Ich dachte, man sollte hier besonders leise sein. Und das da hinten war nur eine Impulshandlung, weil ich keinen Stein gesehen habe, den komischen. Naja. Nachdem sie gemerkt haben, allein haben sie keine Chance. Waffenschild ein mit der Handgranate in Kombination. Das scheint dann so eine Art verstärkter Angriff zu sein oder so. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt auf den Bossgegner, da werde ich dann mal mit den richtigen Waffen schießen. Vorher hebe ich mir jetzt lieber auf. So, heilen wir uns mal. Nicht, dass uns hier ein Gegner unterberrascht. Ja. Was für eine Aufgabe. Wahrscheinlich hätte ich nur Glück, dass ich eine richtigen Reihenfolge gemacht habe. Na klar, jetzt finde ich Munition. Du mich auch. Ein strahlend, ein mystisches Licht aus. Möchtest du die Reise aufnehmen? Ja klar. Ganz ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich bis hierhin weitergespielt im letzten Turnset. Na gut. Könnte ich mir merken, demnächst versuchen immer so ein Savepoint zu erreichen. Das bietet eigentlich meistens einen guten Cliffhanger. Vor den Bossen. So, dann wollen wir mal. Ich habe jetzt bis jetzt noch keine Fehler hinaus gehabt. Ah, das ist Tony. Er will Beeren für seinen Vater, wenn der krank ist. Sind auf der anderen Seite. Na klar, dann machen wir nochmal auf. Du hast den Pfad gesäubert. Ich muss zurück. Also hat er jetzt schon diese Beeren oder was? Ach, na egal. Guck mal, was hier hinten ist. Sieht ein bisschen komisch aus. Wir sind im Wasser. Und hier ist... Die Beeren glänzen ein wenig. Heilige Beere erhalten. Sehr schön. Irgendwie klingt das gerade zu leicht. Kein Bossgegner? Ah. Wie aufs Wort. Dadurch, dass wir die Heilige Beere mitgenommen haben, scheint jetzt dieser... Dieses Monster aus seinem... Jahrhunderte, eher tausende während des Schlafgeweck zu sein. Oder vielleicht noch schlimmer. Die ganze Erde bebt. Bis zu so einem Königreich anscheinend. Noch weiter. Man kann schon grob beahnen, diese Welt ist schon relativ groß. Für Playstation-Verhältnisse definitiv. Und das Erste, was Tony ruft, ist Mutti. Sehr schön. So, jetzt fragen sich natürlich erst mal alle, warum Tony da runtergelaufen ist. Und was mit dem Erdbeben auf sich hat. Und der Hund bemerkt aber, was der mit der Kohorte kam. Anscheinend scheint da doch ein Gegner zu kommen. Oder zumindest... Irgendwas passiert. Ich gehe immer vom Bösen aus. Ja, irgendeine Art Yeti, Grizzly, Saskatchewan. Sucht euch aus. Saskatchewan. Saskatchewan wird, glaube ich, eher eine Region in... Kanada. Zombie-Gegner. Okay, gucken wir doch mal, was wir da machen können. Handgranate. Feuer! Und er greift an mit fauler Atem. Mal sehen, was das macht. Ich glaube, Level 2 ist auch ein bisschen... Uh, uh, 22 gilt. Das ist nicht wenig. 110 Schaden... Äh, 17 Schaden. Das ist doch... Da ich ja nach... Nachfremunition habe. Los geht's! 127, oh gut. Normale Angriffe machen 14 Schaden. Und noch ein Force Level... Also, Force Level Up scheint es zu geben, wenn wir angegriffen werden und wenn wir angreifen. Also, zumindestens Force-Punkte. Oder auch Zorn-Punkte, glaube ich. Kann man die frei übersetzen. So, noch einmal schießen und dann erst mal heilen. Weil ich möchte doch nicht wissen, wie böse der Gegner ist, wenn man keine Heilbären hat. Äh, ja, Heilbären und vor allen Dingen auch... Kugeln, wenn man die schon vorher verbraten hat. Die Grafikanimation ist wirklich ein bisschen sehr bitter, muss ich zugeben. Condition Green. Ist das was Gutes? Keine Ahnung. Okay, machen wir jetzt mal hier dieses Waffenschild ein. Was auch immer das für eine Spezialfähigkeit ist. Ich will es wissen. Lock on. Okay. Macht etwas mehr Schaden. Aber egal. Schaden, Schaden. Machen wir nochmal. Und normale Angriffe machen. 35 Schaden. Das ist ja nicht wirklich viel. Der Gegner ist schon erstaunlich durchhaltefähig. Wahrscheinlich hat er gekryptete 1000 Lebenspunkte oder so und Spaß. Wobei es bis jetzt noch relativ simpel verläuft. Einfach nur schießen und dann mit Heilbären heilen. Aber er ist tot. 100 XP erhalten. Sehr schön. Eine Ebene aufgestiegen. Und 200 Yella noch dazu. Also Gold. Und dann. Puck wirft dem sich regenerierenden Zombie die heilige Beere zu. Das heilende Licht der heiligen Beere macht den Zombie zu Matsch. Okay. Also haben wir den Gegner wieder damit besiegt womit wir oder womit er schon vorher versiegelt war mit der Beere. Okay. Jetzt sind aber alle auf einmal ganz komisch. Die mögen uns nicht sondern also die freuen sich nicht sondern du besitzt die Waffe. Also in dem Fall die Handgranate anscheinend. Und die Waffe wird uns ins Verderben stürzen. Jetzt glauben sie auch dass wir das Erdbeben verursacht haben. Du wirst nach unserem Dorf gesetzt dafür gerichtet werden bist du einverstanden. Von mir aus. Puck wird dort gerichtet. Sofern es nicht hingerichtet bedeutet. Wahrscheinlich sagen sie einfach ich soll das Dorf verlassen auf alle Ewigkeit oder sonst Spaß. Jetzt geht erst mal dieses typische die Hexen ja close mit Er ist böse Er ist Er hat Waffen also Waffe nicht im Sinne von Messer Schwert sonst was sondern die Schusswaffe scheint hier als Verbrechen zu gelten. Okay Okay wir sind nicht vollgeheilt Gucken wir mal kurz kann man nicht schlafen legen Zumindest nicht autogescriptet hier dass man schlafen geht Aber der Dorfrat hat sich schon versammelt und wird sein Urteil verkünden Und der Bürgermeister wird uns jetzt die frohe Botschaft verraten verraten Und komm bitte niemals wieder Du bist ein sehr freundlicher Mensch Mein Mann hat mir jetzt für ein Verbrechen begangen ist Bitte besuch mich nicht Die glauben auch alle dass ich Ebola Syphilis und sonst irgendwelche Krankheiten mit mir rum schleppern scheint So Speichern wir erstmal Ich finde das schön dass der Papagei sagt komm mal wieder vorbei Und alle anderen Dorfwohner sagen Verpiss dich Ich kann heute die Gesetze brechen nichts verkaufen Du bist kein guter Ferengi So Naja Obwohl Doch Einmal vollheilen Und weg Aber Tony der kleine Junge den wir da unten gerettet haben kommt nochmal zu uns hin gerannt Ja toll Er hat Dankeschön gesagt Du bist mein Held Mir wird nochmal schön erzählt Obwohl wir hier alles Menschmöglichen haben für das Dorf lehnen sie uns ab weil wir halt eine Waffe haben Also Waffe im Sinne von Arm Also Wild Arms Arm Also Waffe Relativ die Übersetzung Im Deutschen ist der Begriff halt noch weiter belegt mit Waffe an sich Im Englischen hat man dafür halt Weapon als Allgemeines und Arm kann man da wirklich als relativ Einzelstehenden Begriff für sowas nehmen Aber egal Damit haben wir den ersten Part von unserem kleinen blauen Typen vorbei und wir können anfangen schon mit dem nächsten nämlich mit dem blonden mit der komischen blauen Maus Hier werde ich wirklich nur den Anfang zeigen Die sind nämlich am Erinnerungstempel Hanpan ist das die Maus Okay ich mache mir Sorgen er redet sogar mit der Maus Auf jeden Fall wollen sie anscheinend als Schatzsucher hier in dem Templier Glück versuchen Ich werde hier nicht allzu lange machen denn ich denke mit einer weiteren Episode kriege ich das dann auch durch so dass ich einen halbwegs passenden Speed gefunden habe für die Turn Sets Vielleicht finden wir etwas über die Superkraft daraus Was auch immer die Superkraft ist Aber die Musik ist auch schön muss ich zugeben Okay Fass das nicht an Bist du der Beschützer der Erinnerung Du musst den Namen einritzen Du bist der Klüger fällt dir was ein Keine Ahnung Nur so zum Test schreibe ich meinen Namen hinein Ich weiß nicht ob es dafür irgendeinen allgemeinkültigen Namen gibt Wahrscheinlich gibt es da auch irgendeinen Code den man eingeben kann Keine Ahnung Ich nehme Jack den Default Namen den Standardwert Keine Entsprechung Und dann fällt man runter Ah stimmt ich glaube wenn man den richtigen Namen eingibt den man jetzt noch nicht kennen kann durch irgendeinen Zufall kann man dort direkt durchgehen und muss jetzt nicht mit Jack Van Bureth Meister des schnellen Zuges und Traumjäger Schatz Sucher hier durch diesen Dungeon eilen die Windmaus Hanfan ist die blaue Maus anscheinend okay ich muss zugeben das ist sehr cool gemacht ein bisschen tollpatsch der Gute aber sie seien Schatzjäger vom Feinsten zu sein also immer auf der Suche nach Geld und anderen Möglichkeiten Profit zu machen aus Ruinen warum er da jetzt immer so läuft wie er läuft weiß ich nicht aber er ist anscheinend etwa so flexibel wie ein Doppel-T-Träger ich finde gut ein Mann ganz nach meinem Geschmack okay wir haben genug vom Such machen wir aus dem Staub und Hanpan scheint so was wie Interhakt zu sein sie können wir los schicken Speedy okay ist doof man kann also noch tiefer runterfallen und kommt wieder am Anfang raus gut zu wissen ein Pillbug und einen Blum unsere Waffe ist der Psychoschlag und Beschleuniger der Psychoschlag kostet MP okay aber er scheint auch einen höheren Angriffswert zu haben wahrscheinlich ist er dafür etwas so flexibel wie ein Stein also ausweich technisch dem punkt hat er 85 insgesamt okay also die Windmaus Hanpan kann auch Truhen öffnen wie man gerade feststellen konnte ich finde es lustig wie sie mit den Fäusten geballt da stehen zum Angriff bereit und dann 5 Sekunden bevor der Gegner kommt erst die Waffe rausholen stil echt wahrscheinlich ein richtiger Samurai nicht zack Cowboy Hut jawoll ich wollte gerade sagen spielen wir Cowboy und Indianer aber lassen wir das Thema ich glaube das endet nicht gut für mich da ist nichts sehr schön super ich finde es ganz niedlich wie die Supertreffer animiert werden extra und wenn man es mal so sieht ist das sogar ein 3D Kampf Feld wobei ich da schon extrem wenig D sehe aber zumindest ist es angedeutet war war das war das irgendwie die Kunst dass ich nur da drauf treten muss damit das Ding aufgeht wo ist da noch ein ja wo wir schon bei Uncoole Sache das sind vergessen wir das einfach mal und ich werde jetzt einfach einen Schnitt machen und wir werden das nächste Turnset einfach mal so angehen als wäre die vergangenen fünf Minuten nicht passiert schönen Abend noch bis denn